Hi, hier ist die Paula. Heute erzähle ich euch, wie ich die M8 Kapseln für den Sport einnehme und was ich daran gut finde. Ich persönlich nehme fünf Kapseln circa 20 bis 30 Minuten vor dem Training und trinke es mit ausreichend Wasser nach. Ich persönlich finde das M8 Produkt sehr gut, da es rein pflanzlich ist und ohne jegliche Zusatzstoffe. Außerdem begleitet es mich erfolgreich bei meinem Training.